Ja, der Björn hat ja immer ein Talent, einem ein Schlagwort über den Zaun zu werfen. Dieses Jahr hat er mich gefragt, ob ich was zu lernen in Organisation 4.0 mal erzählen kann. Und da ist immer schon so, bei 4.0 ballt sich so der Magen zusammen, weil irgendwie alles ist 4.0. Und da ist es einfach wichtig, dazu zu sagen, was man damit meint. So etwas wie das Konzept Management 2.0 meint Management für das 21. Jahrhundert, im Gegensatz zum terroristischen Management. Web 2.0 meint das Web nach 2005. Und ich will versuchen mal so ein bisschen aufzulösen. Oder ich habe mir was überlegt, wie man denn eine Geschichte zu der Lernorganisation 4.0 auch erzählen kann. Also ich würde so einen kleinen Rückblick machen. Ich weiß nicht, wer 2013 dabei war auf dem IOM-Summit. Da gab es schon mal einen Vortrag zu Lernorganisation. Da erzähle ich gerade ein, zwei Sachen noch davon. Gibt es aber auch ein YouTube-Video dazu. Und habe mal so die Evolutionsstufen rausgearbeitet. Also was sind wichtige Meilensteine? Natürlich auch die Idee, wie kann man das jetzt zusammenführen in der Lernorganisation 4.0. Im Prinzip, ich habe mir mal angehört, diesen Vortrag von 2013, Herausforderung auf dem Weg zur Lernorganisation, hatte mir vorher schon so einen Zettel gemacht, was können wir erzählen. Dann habe ich gesagt, eigentlich könnte ich mich auf die Bühne stellen und sagen, alles gesagt. Also im Prinzip gibt es da nicht so richtig viel Neues. Dieses Konzept der Lernorganisation ist relativ alt. Und es sind relativ viele zeitlosen Konzepte. Also das sind nicht Dinge, die wie technologische Trends kommen. Nehmen wir so Enterprise 2.0. Das kommt, hat einen Hype, bleibt drei, vier Jahre und dann klingt es wieder ab. Sondern wenn eine Hypothese ist, dass so etwas wie die digital vernetzte Wissensgesellschaft ein Megatrend ist, dann sind das einfach Dinge, die uns 30, 40, 50 Jahre lang begleiten. Und so kann man blöderweise nicht alle drei Jahre was Groundbreaking Neues erzählen. Also wer mag, ich habe unten den Link reingepackt, die Folien und das Video auch. Kann sich das gerne mal anschauen. Ist keine alte Kamele quasi. Eine Folie noch aus dem Vortrag damals. Zum einen Mal, das glaube ich ist nach wie vor gültig, Wissen und Lernen sind die Erfolgsfaktoren für Unternehmen in der dynamischen Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Also das heißt, nach Blockchain und AI werden andere Themen kommen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und die Geschwindigkeit, in der wir lernen müssen. Im Moment gibt es keine Indikatoren, die uns anzeigen, dass das langsamer werden wird. Also so diese ganzen Schlagworte, Change is the new normal und so weiter. Die VUCA-Welt. Also ich glaube, das zeigt eigentlich eher so an, dass das so bleiben wird. Die Themen werden sich halt ändern. Deswegen ist das Lernen aus Erfahrung und vor allen Dingen auch, da wo man im Wissensmanagement vor 20 Jahren vielleicht noch mehr den Fokus hatte auf Bewahrung von bestehendem Wissen, wird Innovation immer wichtiger. Also sprich, die Schaffung von neuem Wissen muss quasi zentral gelebter Wert sein und in die Kultur einer Organisation übergehen. Und wir haben heute früh von Stefan was gehört, von Ambidextrie. Also so neues Wissen entsteht schlecht geplant, sondern da brauche ich Freiräume, da müssen Leute interagieren, da kommt man mal auf eine blöde Idee. Oder auch so Sprüche wie, das beste Idee hatte ich unter der Dusche oder beim Joggen. All solche Sachen muss ich ermöglichen, wenn das wichtig ist für das Überleben und den Erfolg meiner Organisation. Also ich hätte sagen können, damit ist die Foliepräsentation fertig. Aber wenn wir vielleicht die Zeit ein bisschen reinholen wollen, dann ist das gar nicht schlecht. Also ich habe mal versucht, wie könnte man das 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 mappen. Sicher die erste Station, die relevant ist, ist Agiris Schön. Konzept von Double Loop Learning, Organisational Learning, 1978 schon. Was die damals gesagt haben ist, wenn man sich mal so anschaut, wie das Individuum handelt, das gibt immer eine Art von Motivation, ein Ziel, das führt zu Actions, also zu Handlungen. Und dann kommt irgendein Result raus, irgendein Ergebnis. Und das Einschleifen lernen oder Single Loop Learning ist sozusagen, ich lerne über diese Schleife, Aktion, Ergebnis. Also wenn wir in ISO 9001 schauen, Deming-Zyklus, Plan, Do, Check, Act ist quasi Optimierung des bestehenden, KVP-Prozess. Ich lerne und schaue, dass die Aktion das nächste Mal besser wird. Double Loop Learning ist sozusagen, den zweiten Loop zu ziehen und zu sagen, ich lerne über das Ziel, also war das Ziel, was zu meiner Aktion geführt hat, das Richtige. Also das ist ein Meta-Lernen. Ich sage, ist es sinnvoll, dass wir das überhaupt gemacht haben? Und das ist eigentlich was, wo ich sagen würde, ist es vereilt, aber sollte ich eigentlich von meiner Einzelaktivitätenebene bis auf jeden Geschäftsprozess überall einbauen? Also wenn ich auf Organisationsebene denke, der Vorstand definiert eine Strategie, es gibt einen Maßnahmenplan, da kommt was raus. Sollte ich lernen, wie gut waren wir bei der Umsetzung des Maßnahmenplans? Sollte ich aber auch lernen, wie gut waren die Ziele, die in unserer Strategie standen, um im nächsten Durchlauf Strategiebildung besser zu werden? Und das Gleiche kann ich auch auf Individuumsebene sehen, das Vertriebsgespräch eines Vertriebsmitarbeiters. Auch der sollte so über seine Aktivität nachdenken. Also das ist vielleicht Lern der Organisation 1.0. Dann 2.0 ist eigentlich das, was die meisten Leute damit verbinden. Peter Sengi, 1990, MIT, das ist so die Systemdenkenschule, Systemtheorieschule. Das Buch, die fünfte Disziplin. Er sagt, da gibt es so fünf Bereiche, fünf Handlungsfelder, die man im Auge haben muss. Auf der einen Seite Personal Mastery, also sozusagen die persönliche Professionalisierung meiner selbst. Ich mache mir gerade eins weiter, weil da kommen wir hier dazu. Die lese ich jetzt nicht alle vor. Also dieses Meisterschaft erlangen. Da gibt es dann so Sachen wie 10.000 Stunden Regeln. Wenn ich jetzt anfange, was zu tun, brauche ich 10.000 Stunden, bis ich Meisterschaft erlange. Schach zu spielen oder solche Sachen, Gitarre zu lernen, Klavier zu lernen. Also das ist ein Thema. Dann Mental Models als eine Disziplin. Also diese ganze, kann man vielleicht mit Mindset übersetzen, was wir vorher hatten. Diese ganzen Assumptions, die wir haben. Unser Weltbild, was dahinter liegt. Shared Vision, wo wollen wir eigentlich hin? Team Learning, wie funktioniert dieser Übergang vom individuellen Lernen zum Teamlernen? Und deswegen heißt die fünfte Disziplin eben speziell dieses Thema Systemdenken. Also ein bisschen der Übergang von der Sichtweise Organisation als Maschine hin zu Organisation als komplexes System. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich so ein bisschen mit Systemtheorie beschäftigt. Also ich habe hier einfach mal aus der Wikipedia das Bild geholt von der Seite Complex Adaptive Systems, wo man einfach sagen muss, ich habe hier unten irgendwie auf dem Level Infoflow, also Leute lesen Sachen, hören Sachen auf einer Konferenz, selbstorganisierte Local Relationships. Also das kann ich alles nicht mehr planen, was da so passiert. Dann kommt irgendwo vorhin in der Vorliege, gab es mal so ein Custom where the magic happens. Das kann ich mit Emergenz bezeichnen. Also da entstehen Phänomene, die ich nicht vorhersehen kann. Phänomene emergieren. Und so kann ich quasi daraus dann irgendein Verhalten wieder beobachten und darüber kann ich natürlich auch lernen. Und das ist halt gerade nicht so, dass hier unten ist gerade nicht so wie so Organigramme, der oben sagt, wir machen es so und der unten führt es dann aus zu dem Zeitpunkt, wo es sein soll. So funktionieren komplexe Systeme gerade nicht. Also da muss man eher in die Biologie schauen, so ein Gehirn oder ein Biotop oder solche Dinge als Beispiele. Genau, und das Dritte, nicht ganz so bekannt, David Garwin, auch leider vor kurzem verstorben. Ein schöner Harvard Business Review Artikel, Is yours a learning organization? Der hat zu diesem Aspekt, man muss quasi von einer Teaching, vom Teaching oder einer Teaching Organisation zu Leading Learning kommen. Also Leadership im Learning, das muss ein Thema sein, das muss von Führungskräften vorgelebt werden und hat es mal eben zur Vereinfachung auch in drei so Building Blocks. Ich gehe jetzt auch nicht im Einzelnen ein, das Paper findet man im Internet. Aber ich finde die drei Dimensionen ganz spannend. Also zum einen mal Leadership that reinforces learning. Also das ist nicht wegdelegiert in irgendein L&D-Department, sondern er sagt, dass wir lernen, Wissen aufbauen, Wissen neu entwickeln, ist für uns als Organisation überlebenswichtig. Und das auch Vorleben, also auch der CEO, der Vorstand, wie du sagst, Sarah, ist ein lebenslanger Lerner. Das ist nicht jemand, der die absolute Wahrheit hat, sondern auch der muss lernen. Dann sozusagen dieser ganze Aspekt, Concrete Learning Processes auf allen Ebenen, und zwar sowohl die formalen, als auch informelle Prozesse. Also US Army ist hier ein Beispiel, After Action Review, nach jeder Aktion reflektiere ich. Aber auch was wir unten vorhin gehört haben, 70-20-10-Modell von Kollegen lernen, von anderen lernen, durch den Arbeitsprozess lernen, auch wichtig. Und die dritte Dimension, Supportive Learning Environment, Garwin zielt da sehr stark auf die psychologische Dimension ab, also dass Leute sich sicher fühlen, Fehler zuzugeben, Stichwort Fehlerkultur, Querdenkertum. Man kann das ein bisschen weiterfassen und sagen, nicht nur psychologische Lernumgebung, sondern eben auch physische und virtuelle Lernumgebung. Also was für Räume haben wir, was für Lernorte haben wir, wo kann ich mich mit anderen Leuten treffen. Und dann kann man die Frage stellen, jetzt 4.0, ist das etwas Neues, also kommt jetzt wieder ein neues Konzept, oder ist es eher so, dass wir in so einer kontinuierlichen Entwicklung sind, dass wir einfach anfangen, nach und nach Organisationen anders zu sehen. Und hier habe ich für mich selber eher das zweite Bild, also eher so, das ist eine Kombination, also man muss viele Dinge zusammenbauen. Kann man vielleicht mit der Tälerwanne erklären, wer kennt die Tälerwanne, ist bekannt da eben? Also das ist im Prinzip die Zeit von 1900 bis heute. Tälerwanne deswegen, Tälerismus. Tälerismus ist erfunden worden, um Massenproduktion zu ermöglichen. Und die Tälerwanne von dem Gerhard Wohland sagte im Prinzip, in der Zeit vor der Massenproduktion hatte ich eine Marktsituation, wo die Transportkosten so hoch waren, dass meine ganzen Märkte lokal waren. Das heißt, ich hatte sehr viel Manufaktur, Einzelanfertigung, die Leute mussten sehr kreativ sein, Ideen haben, der Handwerker, der ein Einzelstück herstellt. Transportkosten sinken durch Globalisierung, Eisenbahnen und so weiter. Die Täler kommen dann auf die Idee, sozusagen Massenproduktion zu machen, ich baue an einem Ort und liefere das in die Welt. Und damit geht das sozusagen nach unten. Ich will im Prinzip gar nicht, dass der Einzelne kreativ ist, sondern der soll nach Möglichkeit einfach nur den einen Handgriff machen. Schon 1930 hat man da die ersten Kritikbewegungen, Hawthorne-Experimente, Human Relations Bewegung war 1927 bis 1936. Der Film Moderne Zeiten, Charlie Chaplin zeigt das auch sehr schön, wie so die Arbeitsumwelt so dehumanisiert wird. Und das hat aber jetzt relativ lang getragen. Das ist die Frage, wo das so diese Kurve abzweigt. Aber im Prinzip sagt er, wir sind so in einer Situation, wo die VUCA-Welt, wenn man so will, Paper gab es 1991, also auch irgendwo hier, so dazu führt, dass sich sowas brauche, was Wohland dynamikrobuste Höchstleister nennt. Also Leute, Organisationen, die eine hohe Performance haben und das aber in dynamischen Umfeldern. Und das ist für mich so ein bisschen ein Anzeichen, dass diese einzelnen Konzepte, Lernenden, Organisationen, alle Sachen sind, die uns zeigen, dass wir halt hier in so einer Kurve sind, wo viele dieser Massenproduktionsprinzipien, Werte, Verfahren, Praktiken eben nicht mehr so gut funktionieren. Und das natürlich in verschiedenen Prozen unterschiedlich. Okay, also dann mache ich da nicht so viele Herleitungen. Wenn man die Sachen mal zusammenbaut, wir hatten es im Bild vorher auch schon, ich denke, man muss von diesen drei Ebenen ausgehen, Individuum, Team, Organisationen. Von allen kann Change ausgehen. Es gibt Literatur zu Top-Down-Change, Bottom-Up-Change, auch Middle-Up-Down-Change, also wo Change aus dem mittleren Management losgeht. Wir müssen uns eben über Entwicklung lernender Organisationen, aber auch die Ebene drüber lernender Gesellschaften Gedanken machen. Also auch diese volkswirtschaftliche Dimension, Deutschland, Europa und so weiter, ist wichtig. So ein America First funktioniert in einer komplex vernetzten, globalen Gesellschaft sicher nicht. Wir brauchen diese Elemente, glaube ich, wie sie bei Sengi waren, diese Shared Vision, True North, wie man in Lean sagt, dieser Nordstern, an dem sich ein komplex adaptives System ausrichten kann, wo ich als Individuum sagen kann, wo ist denn die grobe Marschrichtung, wo wir hinwollen? Und dann hat man vielleicht hier drin nicht mehr so das typische Organigramm, sondern was viel Spaghetti-artigeres, dynamisch vernetzteres, Einzelpersonen, die hier mit vielen Teams vernetzt sind, auch keine klare Zuordnung mehr, vielleicht zu Vorstandsposten. Und braucht halt dann hier so Leitbilder, sowas wie Learning Leaders, Learning Teams, Lifelong Learners vielleicht. Und das ist auch nichts Statisches. Wenn man so Holacracy-Bilder zum Beispiel sieht, denkt man sich auch manchmal, wenn ich das umsortiere, wird ja wieder ein Organigramm draus. Da glaube ich einfach, die Botschaft an die Control Freaks, get used to it. Also diese Zeit, wo das statisch ist, ist vorbei. Und man muss sich viel mehr mit solchen Sachen hier beschäftigen, wo man sagt, es gibt Informationsflüsse, Signalflüsse, dadurch werden Verbindungen gestärkt, dadurch werden aber auch Verbindungen wieder geschwächt, lösen sich auf, entstehen neue Zentren. Und diese Dynamik hat man, glaube ich, heute so noch gar nicht im Blick. Weil man immer mit diesem sozusagen Change Management, man geht immer davon aus, man hat eine Struktur, macht ein Change, hat eine neue. Und das quasi, so ähnlich wie jetzt hier das Hirnbeispiel, in jeder Sekunde eigentlich sich unser Hirn rekonfiguriert, kann ich heute organisational noch gar nicht abbilden. Könnt ihr euch in Ruhe dann anschauen. Ein Satz noch, ich versuche gerade daran zu arbeiten, weil ich glaube, was wir in den letzten Jahren mit der Working Out Loud Bewegung gesehen haben, viele Ansätze setzen so auf Ebene Organisation oder Team an. Ich glaube, es ist wichtig, sehr viel Change auch am Ende der Einzelperson ansetzen zu lassen. Und da gibt es so zwei, drei Sachen. Björn fragt immer, was sind die konkreten Sachen, die man sich vornehmend einfach zu tun. Ich glaube, es gibt Methoden wie zum Beispiel Getting Things Done, was speziell dafür gedacht ist, Produktivität von Wissensarbeitern zu pushen, also Effizienz zu steigern. Es gibt so Sachen wie Objective Key Results, wo ich auf der Individuumsebene sage, selbstorganisiertes Zielmanagement, aber dann Kopplung über die Ebenen Teamorganisation. Working Out Loud, wo ich sage, genau das, was man im Video vorher gesehen hat, dieses Feuern von Signalen, Nervenzellenfeuern, neue Verbindungen entstehen, kann ich quasi da drüber machen. Und ich versuche eben gerade die drei Ansätze unter dem Label LernOS, Operating System for Live-Long-Learning, umzusetzen. Es gibt so eine Webseite dazu, können wir mal drauf schauen. Da kommt eben dieses Mindset, Skillset, Toolset auch her. Und die Herleitung da ist eben so, deswegen habe ich vorhin gesagt, wo fängt man an? Es gibt aus dem Lean-Bereich und Agile-Bereich gibt es den sogenannten Squared-Wheel-Man. Das sind Leute, die haben hier einen Wagen, sieht man jetzt nicht ganz so gut, das ist ein rechteckiges Rad. Und es kommt jemand mit einem runden und sagt, kann ich dir mit dem runden Rad helfen? Und die sagen, nein, danke, ich habe keine Zeit. Und der Punkt ist quasi, wenn ich da jetzt so ein Rad daneben stelle, dann ist nicht die Frage, fange ich mit dem an, mit dem oder dem? Weil wenn ich das hier drauf schraube, läuft es gleich schlecht. Wenn ich nur eines habe, läuft es ein Stück rund, aber dann eiert es, dann läuft es wieder runter und eiert es. Wenn ich zwei drauf habe, ist es ein bisschen besser. Richtig gut ist es aber eigentlich erst dann, wenn ich alle drei zeitgleich in Angriff nehme. Und das wäre meine Empfehlung, quasi da nicht sich das eine auszusuchen. Wer früher auch gesagt hat, fange ich mit ESN-Einführungen an oder mache ich erst Kulturentwicklung. Ich muss beides parallel machen. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank.